Die Designerin Christa Steinauer hat mit ihrer Manufaktur freiwillig die Ausschreibung für die neue Eisenstraßentracht für sich entscheiden können. Eine Rolle musste laut Ausschreibung auch das für die Eisenstraße signifikante Doppelherz spielen. Wie ist sie überhaupt auf die Idee gekommen, eine zeitgemäße Trachtenmanufaktur zu gründen? Ja, das kommt eigentlich schon von ganz früher, als ich noch beim Schülerkorps einige Jahre dabei war und ich sehr oft das Dirndl tragen habe müssen und ich dann die Tage mich gar nicht so wohl gefühlt habe eigentlich und da ist mir eigentlich die Idee gekommen dazu, man muss bei der Tracht ein bisschen was modernisieren, einfach was alltagstaugliches machen, dass es einfach super zum tragen ist und dass man es gerne anhat. Nicht weil man es muss, sondern weil man es gerne anhat und das war so mein Ziel und der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, da mache ich jetzt was. Ich will das eigentlich vermitteln, dass man den Alltag mit der Tracht eigentlich super kombinieren kann und das sollte auch, also die Tracht ist schon für Anlässe natürlich ganz was Besonderes immer wieder, aber der Alltag, gerade jetzt zur schwierigen Zeit zur Corona, möchte ich auch die Tracht im Alltag tragen. Die Kleidungsstücke werden alle von Spitzenfachkräften in ihrer Manufaktur nach Maß handgeschneidert. Was ist eigentlich das Wesentliche an dieser Eisenstraßentracht? Ja, das Ziel der jungen Eisenstraßenlinie war eben, dass, wenn ich jetzt beim Dirndl vielleicht beginne, dass wir einfach zeitlose Farben verwenden, dass das Material für den Alltagsgemäß, also der Oberteil, den haben wir versucht mit Stretch-Anteil zu fertigen. Genauso der Rock ist aus einem schlichten Leinen aus dem Mühlviertel, also wir haben versucht, österreichische Stoffe zu verwenden und das Dirndl zum Beispiel ist auch, wie man es jetzt so sieht, kombinierbar, genauso eben für festliche Anlässe, aber auch, wenn ich jetzt sage, ohne der Schürze, nur mit einem Bindegürtel perfekt zu kombinieren, zum Beispiel mit einer tollen Herzschnalle und ein bisschen einen Eyecatcher mit dem bärenfarbenen, modernen Farbton. Das zweite Modell ist auch eine super Kombinationsmöglichkeit für den Alltag. Das Jacka sozusagen kann man genauso wieder auch zu Gleit und Dirndl tragen und das dritte Modell eben unser Dirndl, unser Prachtstück für einen festlichen Anlass, aber auch genauso für einen Frühschocken geeignet. Auch Männer sollen sich in moderner Tracht wohlfühlen. Das Sarko haben wir auch wieder versucht, zeitlose Farben zu verwenden, auch wieder mit einem tollen Materialmix. Beim Gelee haben wir beim Rücken einen Stretch-Anteil und natürlich haben wir versucht, diese tollen geschmiederten Knöpfe wiederzuverwenden. Einen Eyecatcher haben wir gemacht mit dieser bärenfarbenen Krawatte und das passende Einstecktuch dazu. Und wir haben uns auch getraut, für die junge Linie natürlich auch einmal eine andere Farbe bei der Lederhose zu verwenden, in einem Grauton, das perfekt eigentlich zusammenpasst. Und dazu haben wir noch für den jungen Herrn und für die Aalen oder für das Sommerfest auch eine bequeme, lässige Leinenhose kreiert, die wiederum auch mit einem frechen Mascherl für einen Sommertag getragen werden kann. Wie kommen nun Interessenten zu diesem modernen Trachten-Outfit? Da kommen Sie am besten nach Althofen, in unsere Manufaktur Freiwilddesign. Da wird dann alles genau besprochen, da wird streng vermessen. Und dann suchen wir für Sie das perfekte Outfit aus und dann wird die Fertigungszeit vier bis sechs Wochen dauern und dann zum Schluss kommen Sie noch zu einer letzten Anprobe vorbei. Auf Wiedersehen! Das war's! Das war's! Fertigungszentrum! Der Du noch ist an Samstag, der Du noch selbst in den schönen Tag. Der Du noch ein страх! Untertitelung des ZDF, 2020